Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Häkelanleitung von mir. Heute zeige ich euch das Tuch, das ihr soeben noch auf dem Foto gesehen habt. Und hierfür verwende ich wieder mal ein Bobbel aus eigener Wicklung und zwar die Wilde Maus. Erhältlich über meinen Online-Shop direkt über den Link, den ich euch in der Infobox unter diesem Video hinterlasse. Und dort gibt es noch ganz ganz viele weitere Bobbel in einer riesigen Farbauswahl. Also wer möchte, kann auch sich selbst was zusammenstellen und eine eigene Wicklung in Auftrag geben. Wie auch immer, ich verwende hierfür die Stärke 4,0 als Häkelnadel und des Weiteren benötigt ihr noch eine Wollnadel und auch eine Schere. Und wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt, mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist. Und könnt als eine der ersten sofort losstarten und wenn mal Fragen offen sein sollten zur Anleitung von mir, könnt ihr diese rund um die Uhr gerne auch in meiner Facebook-Gruppe stellen. Dort helfen wir uns alle immer gegenseitig. Es ist mittlerweile eine riesengroße Community geworden und deshalb geht es dort auch schneller als hier rüber über die Kommentarfunktion. Und jetzt will ich nicht länger rumsappeln, es soll endlich losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir beginnen als erstes dann mit einer Masche auf die Nadel aufzunehmen und im Anschluss werden 4 Luftmaschen gehäkelt, in die erste Masche eingestochen und mit einer Kettmasche zur Runde geschlossen. Reihe 1 beginnt mit 2 Luftmaschen und dann häkeln wir hier in die Runde hinein, Moment, 2 Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Das ist Reihe 1. Reihe 2 beginnt mit 2 Luftmaschen und dann werden hier in die gleiche Einstichstelle, wo hier diese beiden Luftmaschen rauskommen, 2 Stäbchen hinein gehäkelt. In die nächste Masche ein Stäbchen nur zur Hälfte häkeln, dann haben wir 2 Maschen auf der Nadel. Ich gehe dann wieder in das nächste Stäbchen, häkle dort ein halbes, also ein Stäbchen nur zur Hälfte. Habe dann insgesamt 3 Maschen auf der Nadel, die werden dann zusammen abgemascht. Im Grunde genommen heißt das auch 2 Stäbchen zusammen abmaschen, so würde das richtig ausgedrückt sein. Jetzt Reihe 3, die wird begonnen mit 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt steche ich hier in die gleiche Einstichstelle, wo die Luftmaschen rauskommen, rein, häkle ein Stäbchen zur Hälfte, gehen die nächste Masche, häkle dort auch nur ein Stäbchen zur Hälfte und masche die zusammen ab. Und in die letzte Masche hier in der Reihe kommen 2 Stäbchen und nochmal ein Doppelstäbchen. Das war Reihe 3. Also Reihe 4 beginnt wieder mit 2 Luftmaschen und hier in die gleiche Einstichstelle kommen 2 Stäbchen. in die Masche daneben ein Stäbchen und dann werden wieder 2 Stäbchen zusammen abgemascht, das heißt also ein Stäbchen nur zur Hälfte, in der nächsten Masche auch wieder nur ein Stäbchen zur Hälfte und die beiden dann zusammen abmaschen. So, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo wir in der Vorreihe 5 Luftmaschen am Anfang da gehäkelt haben. Das ist so ein Luftmaschenbogen und hier in diesen Bogen häkeln wir hinein 6 Mal hintereinander ein Stäbchen, eine Luftmasche. Jetzt noch 5 Mal ein Stäbchen, eine Luftmasche. Jetzt noch 4 Mal ein Stäbchen, eine Luftmasche. Jetzt noch 3 Mal ein Stäbchen, eine Luftmasche. 2 Mal ein Stäbchen, eine Luftmasche. So. Ich muss nur mal kurz nachzählen, ich weiß nicht, ob ich mich gerade verdattelt habe, durch das Mitzählen hier eben. 3, 4, 5, 6, ja. Und dann kommt nochmal ein Stäbchen hier in diesem Bogen. Und wenn wir hier unten dann angekommen sind, wird hier, also hier an diesem Bogen hier unten, eingestochen und eine Kettmasche gehäkelt. So wird Reihe 4 beendet. Das heißt also, wir häkeln quasi hier an der Seite in den Bogen noch hinein. So, Reihe 5 beginnt mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann gehe ich hier in diese Luftmaschenlücke zwischen 2 Stäbchen, in diese erste Luftmaschenlücke. Und häkel dort eine feste Masche drumherum oder dort hinein. Dann wieder 4 Luftmaschen. Und dann in die nächste Luftmaschenlücke der Vorreihe hineingehen und eine feste Masche häkeln. Dann wieder 1, 2, 3, 4. In die nächste Luftmaschenlücke gehen und eine feste Masche häkeln. 1, 2, 3, 4. Luftmaschen. Und in die nächste Lücke gehen und eine feste Masche häkeln. 1, 2, 3, 4. Luftmaschen und hier in die nächste Lücke gehen. Jetzt muss ich mal schauen, weil wir müssen hier insgesamt 6 Luftmaschenbögen haben. 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt noch 1. 1, 2, 3, 4. Luftmaschen häkeln. Und dann hier am Anfang dann hier zwischen gehen, zwischen den beiden Stäbchen der letzten Luftmaschenlücke. Und dort wird dann eine Kettmasche gehäkelt. So. Dann haben wir hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Moment. Ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschenbögen. Hier einmal ringsherum an der Seite. Reihe 5 geht aber noch weiter. Jetzt mit 2 Luftmaschen. Wir gehen hier in das erste Stäbchen. Häkeln ein Stäbchen zur Hälfte. In die nächste Masche ein Stäbchen nur zur Hälfte häkeln. Und dann alle 3 Maschen zusammen abmaschen. Dann folgen 2 Stäbchen in die nächsten 2 Maschen, jeweils ein Stäbchen häkeln. Und in die letzte Masche der Reihe kommen 2 Stäbchen und ein Doppelstäbchen. Ich hoffe, ihr seid alle soweit mitgekommen. Ich werde euch das alles nochmal im Folgenden nochmal in den nächsten Reihen Stück für Stück erklären, denn ab jetzt wiederholen sich gewisse Schritte. Aber ich werde euch das alles hier auch nochmal wiederholt jetzt in den nächsten Reihen erklären. Also Reihe 6 beginnt mit 2 Luftmaschen. Und hier unten in die gleiche Einstichstelle kommen 2 Stäbchen. So, dann muss ich mal kurz in meine Skizze gucken. 1, 2, 3, genau. Das musst du nochmal eben nachzählen. In die nächsten 3 Maschen jeweils ein Stäbchen. 1, 2, und 3, und die letzten beiden Maschen werden als Stäbchen zusammen abgemascht. Also ein Stäbchen zur Hälfte, noch ein Stäbchen zur Hälfte, und dann alle 3 Maschen zusammen abmaschen. Das war Reihe 6. Reihe 7 beginnt wieder mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier unten in die gleiche Einstichstelle 2 Stäbchen häkeln. Ne, nicht wahr, nicht 2 Stäbchen, sondern 2 Stäbchen, die zusammen abgemascht werden. So, dass wir da bloß nicht durcheinander kommen. Also die nächsten beiden Maschen zusammen abmaschen als Stäbchen. Dann werden bis zur letzten Masche durchgehend Stäbchen gehäkelt. In jeder Masche steht in jeder Masche ein Stäbchen. Und in die letzte Masche 2 Stäbchen und ein Doppelstäbchen. 1, 2, und das Doppelstäbchen. Reihe 8 wird mit 2 Luftmaschen begonnen und dann 2 Stäbchen hier unten in die gleiche Einstichstelle, in die gleiche Masche. Dann Stäbchen bis zu den letzten beiden Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4, die letzten beiden Maschen werden hier wieder zusammen abgemascht, also die letzten beiden Stäbchen. Und dann sind wir hier ja schon wieder an diesem Bogen, denn Reihe 8 geht auch hier weiter. Wieder mit 6 Mal hintereinander ein Stäbchen eine Luftmasche. 1, 2, 3, 4, 5, und 6. Und dann folgt noch 1, 7. Stäbchen hinterher. Und dann hier unten, das ist ja hier die Seite, hier unten einstechen und eine Kettmasche häkeln. Und dann kann man das hier so um den Luftmaschenbogen herum verteilen. Das war Reihe 8. Reihe 9 beginnt mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Wir gehen hier in die erste Luftmaschenlücke und häkeln dort eine feste Masche. Dann wieder 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. In die nächste Luftmaschenlücke gehen und eine feste Masche häkeln. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. In die nächste Luftmaschenlücke gehen und eine feste Masche häkeln. 1, 2, 3, 4. Diesen Schritt wiederholen. 1, 2, 3, 4. Dann wieder eine feste Masche. In die nächste Luftmaschenlücke. Jetzt muss ich hier erstmal abzählen, weil ich eben nicht mitgezählt habe. Wie viele Mini-Luftmaschenbögen ich jetzt habe. Das müssen ja 6 sein. 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt noch einer. 1, 2, 3, 4. In die nächste Luftmaschenlücke gehen. Und jetzt eine Kettmasche häkeln. Denn beim letzten wird keine feste Masche gehäkelt, sondern eine Kettmasche. Dann geht die Reihe 9 ja noch weiter. 2 Luftmaschen. Dann werden 2 Stäbchen zusammen abgemascht. Die nächsten beiden. Dann durchgehend Stäbchen häkeln bis zur letzten Masche. 1, 2, 3, 4 und 5. Und in die letzte Masche kommen wieder 2 Stäbchen und ein Doppelstäbchen. So, das war jetzt die Reihe 9. Und im Grunde genommen werden die Reihen 6, 7, 8 und 9 stets wiederholt. Es ist nur so, dass hier in der Mitte, dieser mittlere Teil mit den Stäbchen, da kommen immer mehr Maschen. Das heißt also, das wird immer breiter. Hier das an der Seite, das bleibt immer gleich. Das wird nicht größer oder mehr oder wie auch immer. Nur es kommen halt mit der Zeit natürlich mehr von diesen Blüten mit dazu. Und nur hier in der Mitte werden das natürlich immer mehr Stäbchen, immer mehr Maschen, die dazukommen. Und ja, im Grunde genommen wisst ihr jetzt, wie es geht. Die Reihen 6 bis 9 stets hintereinander wiederholen. Solange bis entweder eure Wunschlänge erreicht ist oder aber sich euer Bobbel oder euer anderes Garn sich langsam aber sicher dem Ende zuneigt. Und ich arbeite jetzt diesen Schritt vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, wie ihr seht, habe ich jetzt in der Zwischenzeit entsprechend vorgearbeitet. Ich habe jetzt nur noch so wenig Garn übrig, dass es nicht mehr für den nächsten Mustersatz reichen würde. Und wenn ihr dann auch an dieser Stelle angekommen seid oder aber, wenn euer Schal lang genug geworden ist, dann könnt ihr den Faden abschneiden, was ich in der Zwischenzeit schon getan habe. Und dann häkelt ihr zum Abschluss nur noch eine Luftmasche und zieht dann den Faden durch die letzte Masche und fest anziehen. Dann kommt die Wollnadel ins Spiel, denn wir müssen ja jetzt die Fäden zum Abschluss noch vernähen. Mit dem Anfangsfaden und Endfaden machen wir natürlich das gleiche. Zunächst einmal einen Doppelknoten. Und dann fädeln wir nochmal durch einzelne Stäbchen hindurch. Hierfür steche ich hier durch das letzte Stäbchen, oder das ist ja das Doppelstäbchen gewesen, was ich hier gehäkelt habe und gehe hier ganz nach unten, zu den Einstichstellen der letzten Stäbchenreihe. Ich drehe das Ganze auch auf die Rückseite. Und hier vernähe ich den Faden, indem ich durch die einzelnen Stäbchen hindurchsteche, dort wo ich sie hindurchgestochen habe in der letzten Reihe. Ihr könnt durchaus auch zwischendurch die einzelnen Fäden stechen. So, dann den Faden vorsichtig durchziehen. Ich fädel jetzt noch ein paar Mal hin und her. Und wie gesagt, zwischendurch auch mal mitten durch so einen Faden stechen, weil dann bleibt der Faden, den wir hier hindurchziehen, nochmal etwas fester sitzen. So, ich fädele jetzt noch ein drittes Mal. Und dann kann der Faden abgeschnitten werden. Das gleiche mache ich jetzt natürlich auch noch mit dem Anfangsfaden. Und dann bin ich fertig und ein neues, wunderschönes Tuch ist entstanden. Und ich hoffe, ihr seid soweit gut mitgekommen und seid inspiriert dazu, das Ganze nachzuarbeiten. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und eine wunderschöne Häkelzeit. Und sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss! Tschüss! No! 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 Pot Boulevard! Vielen Dank.